Ich kann so eine Gleichung auch lösen, indem ich so auf die Form bringe, a hoch x gleich b, ja, und dann ist ja x der Logarithmus zur Basis a von b, also ich nutze hier so die Definition des Logarithmus. Definition vom Logarithmus nutzen, also alle x nach links, den Rest nach rechts, ich mache das mit dividiert, also dividiert durch 5 hoch x, dann habe ich 7 hoch x durch 5 hoch x gleich, dividiert durch 2, 3 durch 2. So, 7 hoch x, 5 hoch x, das ist 7 fünftel hoch x, 7 fünftel in Klammern hoch x gleich 3 halbe. Also, ich kann ja 2 hoch 7 durch 3 hoch 7, das ist ja 2 Drittel hoch 7, weil ich habe ja da 2 mal 2 mal 2 und 3 mal 3 mal 3, alles immer so 7 mal. Also, das funktioniert. So, und jetzt habe ich eigentlich das, was ich will, das ist genau, also die Form, ja, a ist 7 fünftel, b ist 3 halbe, das heißt, x, machen wir schön schwarz, also x gleich Logarithmus zur Basis 7 fünftel von 3 halbe. Eintippen, da kommt dann ungefähr 1,1,2 raus und ja, man kann sich immer merken, also das, was hier unten steht, ist immer die Basis. Ja, das funktioniert nicht immer, aber wenn es in der Form ist, kann man das machen.